Wir haben hier in der Verlängerung gemerkt, jetzt sind wir endlich mal am Drücker im Spiel. Also ich glaube, wir waren das ganze Spiel seltenst am Drücker, besonders wo wir 0-3 zurücklagen und dann durch das Tor von Markus Rosenberg zurückgekommen sind, was auch sehr, sehr schön war. Aber dann, wo wir das erste Mal im Spiel gemerkt haben, ja, jetzt sind wir am Drücker, jetzt haben wir bessere Szenen. Und dann haben wir zugeschlagen. Spitz hat abgezogen, ja. Das ist richtig, diese Sekunden, wo der Ball fliegt, kommen ja im Nachhinein vor wie Stunden. Und da war alles abgezogen, war ein Tor, ein geiles Gefühl und es war dann willkommen in der Champions League. Prädestiniert dafür ist natürlich Claudio, der ab und zu schon von seiner Schusstechnik her sehr, sehr beeindruckend ist. Und wenn man so von hinten guckt, dass das wirklich wie ein Strich in die lange Ecke, dann war das ein sehr emotionaler Moment, ich glaube, für die ganzen Werder von mir hier. Dieses Gefühl ist wunderbar.